So, hallo und herzlich willkommen an diesem Mittwochnachmittag. Es ist doch Mittwoch und es ist doch Nachmittag, oder? Ja, beides ist richtig. Sehr gut. Wir spielen heute Attraxio. Das ist ein Verschnitt quasi aus, was heißt Verschnitt? Das ist ein Spiel, mehr oder weniger inspiriert von Portal und geht so ein bisschen in die Richtung von Running Man beziehungsweise Hunger Games. Das heißt, das ist quasi wie eine Reality-Show, aus der wir entkommen müssen. Und dieses Entkommen erinnert wieder an Portal, weil wir durch bestimmte Level und durch bestimmte Manipulationen von Objekten durch Rätsel kommen müssen. Und von Gravitation. Genau, also es ist nicht so, dass wir Portals bauen, sondern es geht darum, durch Gravitationsmanipulation durch die Level zu kommen. Genau, auf Portal hätte ich eigentlich auch schon voll Bock, muss ich sagen. Das haben wir gar nicht gespielt hier bisher, oder? Warum spielen wir Portal nicht? Also das wäre eigentlich das perfekte Ding für Doom vs. Für Doom vs.? Doom vs. Portal. Doom vs. Wäre auch interessant. Mach doch da mal eine Mod. Nein, Beans vs. Da spielen wir dann Portal 1. Das ist ja relativ fix durch. Und Portal 2 bietet hier einiges. Ja, kann man erstmal den Singleplayer und dann nochmal... Ja. Ich werde mich wieder mal ransetzen, aber ihr könnt natürlich auch gerne nochmal so ein bisschen rumpöbeln, damit wir das spielen. Weil ich finde, das ist ein ganz großartiges Spiel. Ja, und man kann es zu zweit spielen. Und man kann, wenn man nicht weiterkommt, auch, das ist ein gutes Spiel, um die Community zu fragen, finde ich. Ja. Auch wieder so ein gemeinsames Rätsellösen-Spiel. Ja. Ja, ich mag das sehr gerne. Aber wenn die dann wieder nur Hebel schreien, dann ist das natürlich nicht immer hilfreich. Nee, am besten schreien die natürlich einfach die ganze Zeit Portal. Portal. Auf was, Leute? Porten, Porten, Porten. Ja. Sollen wir mal versuchen loszulegen und schauen? Okay. Nein, wir versuchen nicht loszulegen. Worüber können wir dann noch uns unterhalten? Über Portal vielleicht? Über Portal vielleicht nicht, aber kennst du das Spiel Swopper? Nee, kenn ich nicht. Das ist auch so ein Indie-Spiel, 2D, wo auch so mit oben und unten gespielt hat. Das war aber wahrscheinlich nicht so verwirrend, wie das jetzt hier gleich sein wird. Was musste man bei dem machen, von dem du redest nochmal? Also das ist, man konnte sich klonen zum einen und man konnte auch sowohl am Boden als auch an der Decke laufen, weil da gab es dann auch so verschiedene Gravitationen und dann musstest du halt deine klonen, die haben sich immer gleichzeitig mit dir mitbewegt. Im Raum? Im Raum, genau. Im Raum, also die ist symmetrisch quasi? Genau. Und wenn die halt an ein Hindernis gestoßen sind, sind die halt nicht weitergekommen und so musste man dann eben verschiedene Puzzlerätsel mit so Lichtkegeln, die du unterbrechen musstest, um dann irgendwelche Kugeln einzusammeln. Und das hatte eigentlich eine sehr interessante Geschichte. War das 2D oder 3D? Also von oben, von oben. Nee, von der Seite. Guckst du drauf. Und das hatte so eine Geschichte halt für eben, was ist klonen, wer bin ich dann überhaupt noch? Und das Ende war eigentlich ganz cool, welches ich nicht vorwegnehme. Weil vielleicht spielst du das ja bestimmt nochmal. Vielleicht. Du kannst ja einen Antrag stellen, so einen Antrag ausfüllen, einen Antrag aufs Spiel. Ja, also ich habe das schon durchgespielt und das wird mal sehr knifflig, wo man aber sich dann denkt, wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Aber das ist eigentlich, denke ich, geht in eine ähnliche Richtung, nur halt, dass es zweidimensional ist. Du meinst, das geht in eine, ja gut, aber hier kannst du dich ja nicht klonen. Ich habe kurz mal reingesappt. Ich glaube, hier wird es auch so mit oben, unten, alles so abgehen. Ich hoffe. Ich bin ein bisschen gespannt. Ja, da heißt es Aufmerksamkeit bewahren. Das machst du dann. Okay. Du wirst heute der Aufmerksame von uns beiden. Okay, ich sehe mich schon verzweifelt. Nein, da musst du hin. Achso, ich dachte, du willst Eduard gerade erklären. Nein. Der Eduard weiß schon, was er macht. Gell, Eduard? Schauen wir mal, wie lange er weiß, was er macht. Komm mal her und wink mal kurz. Da ist die Hand. Ja. Schön. Was hast du dir jetzt gemacht? Jetzt habe ich eine Auflösung von 40 mal 60 oder was? Das ist, das gehört so. Wie bist du denn so in Puzzlespielen? Ist tatsächlich ein Genre, was ich sehr, sehr gerne spiele. Wir haben mit Max ja auch mal nicht direkt Puzzle, aber so ein Logik-Programmierspiel gespielt. So was spiele ich wirklich, wirklich gerne. Tatsächlich vielleicht sogar lieber als Point. Wieso habt ihr keinen Sound? Dann müssen wir, müssen wir jetzt Zeichensprache reden. Okay, dann vertone wir das Spiel einfach mit nachher. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwas sehen. Ich mache dann so Piu, Piu. Warte. Tapp, 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 tapp. Das machen wir dann während der Werbung, damit wir den Werbungssound überbrücken können. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ja, also ich weiß nicht, ich bin in so... Wir können ja auch mal kurz erklären, wieso es gerade eine Sekunde länger dauert. Aber das liegt natürlich daran, dass wir schon die Dreamhack am Laufen haben und ein Großteil der Technik bereits drüben ist. Das heißt, wundert euch nicht, wenn wir momentan manchmal ein Tickchen länger brauchen. Wir müssen gerade, wir die Zurückgelassenen, müssen hier gerade mit den Resten kämpfen, die uns, ja, dagelassen wurden. Und es dauert manchmal eben eine Sekunde länger. Ja, hier, nimm das. Dafür dürfen wir spielen. Dafür dürfen wir länger, also richtig lang. Wir spielen ja zwei Stunden jetzt gleich. Es kann losgehen. Ah, ich habe meinen Fuß auf der Maus, das ist natürlich ungünstig. Dankeschön. So, okay, sehr schön, dann können wir jetzt endlich anfangen. Ja, ich würde auch gern so Puzzlespiele gerne spielen, wollen, weil davon manche sehr interessant aussehen. Nur, ich bin so jemand, wenn ich nicht muss, dann verliere ich den... Oh, die Farbkombination ist doch überhaupt nicht... Nee, hat man noch nie gesehen. Ach, ich finde es okay. Ach, von Attraktion. Oh, jetzt verstehe ich. What a nice view of Mars are contestants, who are you enjoying. Speaking of them, Dalek, Kier and Mia. We choose the best contestants from thousands of people, eager to participate in Atrachio for your entertainment. Each contestant will go through their own unique chambers. They'll find different challenges and puzzles, depending on their gadgets. The first one that reaches the victor's chamber, alive of course, will win Atrachio! Remember, nothing can get in or out of the Entertainment Space Station during the game. Entertainment Space Station. Ich hab erst ihren Körper gesehen und danach das Gesicht. He's a worker for an assembly plant at South Sector on Earth. He wants the big monetary prize. And Dalek, age 31. He's a dangerous scrimmant, an inmate at the high security prison in Europa, Jupiter's moon. He wants the freedom prize. Ohohohoho. Mhm. Mhm. Na gut. Stell dir vor, wir würden aus so einem Spaceship sein. Wenn wir so einen Entertainer an einem Spaceship sind. Ja. Da gibt's auf jeden Fall genug Technik. Das Frage ist, wie's Internet ist. The first contestant is Dalek! He's an inmate of the Maximum Security Prison on Europa, Jupiter's moon. Like in previous seasons, a convict has the opportunity to play in Atrachio. Dalek competed with hundreds of Europa's inmates for the chance to participate. Dalek was found guilty for the murder of three people and has a life sentence. If he wins, he'll get his freedom back. He'll go through the blue chambers. It looks like he is ready. I only came to this circus to be free again. I was framed. And when I get out, I'll prove my innocence. Er sieht eher als würde er direkt so grafen und der custommäßig Rache erstmal in den neben, die ihn da reingebracht haben. Ja, wahrscheinlich ist das alles lanciert gewesen, dass er da mitmacht. Was ist das? Lanciert. Schönes Wort, was bedeutet das? So getürkt? Genau. Muss ich jetzt irgendwas drücken? Nee, das ist nicht Ladescreen. Nee, ich glaube, das ist der Ladescreen. Ach, das baut sich auf. Ach so. Wie viel der laden muss. Da muss es ja heftig abgehen. Ich glaube, das sieht auch ganz hübsch aus, oder? Touch a button. Gut war jetzt kein Applaus. Ach so, ich dachte, der erscheint hier, aber das ist ja Ego-Perspektive. Kann man wechseln, wäre die Frage, ne? Aber wahrscheinlich nicht. Ich befürchte nicht, ich denke, wir spielen immer S-Land. Oh, lass mal kurz schauen, was hier so abgeht. Nix. Komisches Glas, das ist sowieso Badezimmerglas, durch das man nicht durchgucken kann. Da draussen lebt scheinbar niemand. Und niedrigere Stufen haben sie nicht gehabt. Hoch. Kriechen. Ich muss auch noch kriechen. Rätsel lösen und auch noch kriechen können. Okay. Alle Schalter reagieren mit Objekten derselben Farbe, das ist schön. Oh, habe ich wieder zugemerkt? Maybe. Ja, habe ich. Ich bin sehr klug. Das muss man schon sagen. Ey, wir können uns auch gerne abwechseln, Jan, ne? Ich bestehe überhaupt nicht da drauf. Ach, mach du erst mal und wir können das ja, wenn es sich richtig anfühlt, wechseln. Wenn es sich richtig oder nicht richtig anfühlt. Wenn du verzweifelst oder ich verzweifle, dir was zu erklären. Ja. Falls es so vorkommt. Machen wir wie bei Portal, bis einer stirbt und dann tauschen. Ne, das war ja bei GTA, macht man das und nicht bei Portal. Ich dachte, bei Dark Souls. Bei Dark Souls? Ich habe tatsächlich nicht Dark Souls gespielt. Was? Ich werde so instant entlassen. Kündigungsgrund. Der Tien reicht den Kündigungsgrund für Sophia ein. Ach ja. Okay, das ist also zu hoch zum Klettern. Okay. Das ist so Minecraft-Style. Du kannst nur bestimmte Blöcke hoch sprengen. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinaus will. Mhm. Gut, es liegt so nah. Meistens. In dem Fall ein Block. Mhm. Hallo. Ich glaube, du musst den mitnähern. Den Block. Ah, da ist ein Knopf. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Der freundliche... Das ist natürlich überhaupt nicht der freundliche Begleiter, Kubus. Das ist jemand ganz anderes. Naja, das finde ich auch so ein bisschen schade, aber ich mag die penetrante Kameraführung. Die uns immer verfolgt. Die penetrante? Ja. Oh. Oh, ich wurde getäuscht. Ich wurde getäuscht. So, jetzt ist es weg. Aha. Oh. Okay. Oh, falle ich da jetzt wieder durch? Ja. Vielleicht kannst du an der Seite. Naja, okay. Nevermind. Ich glaube, wir müssen unseren Freund mitnehmen, wenn das geht. Ja. Aha. Hä? Der bleibt da oben drauf stehen. Wie behindert. Und ich? Stell dir mal in die Mitte und spring dann drauf, oder? Ich versuch's mal. Es ist schon Zeit für Werbung. So was? Nein, das ist natürlich nicht möglich. Erst wenn wir diese Stelle geschafft haben, machen wir Werbung. Wir könnten natürlich auch einen Spannungsbogen aufbauen und sagen, ob wir diesen Sprung schaffen werden. Oh, das ist natürlich nicht. Nach der Werbung. Ob da nicht, äh, oh. Ich weiß natürlich nicht, ob das nicht zu spannend ist, äh, ob das erträglich. Also, unser erster Sprung in diesem Spiel, äh. Wieso springst du nicht? Kennt ihr das, wenn man den Knopf drückt und es passiert einfach nichts? Das ist genau das, was gerade passiert ist. Nichts. Und das ist nicht das, was ich getan habe, denn ich habe etwas getan. Das Spiel ist einfach... Wir machen jetzt Werbung und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.